Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, heute ist der 28.07.2021 und es ist 8.10 Uhr. Ich bin gefühlt seit drei Stunden wach. Ich wurde heute um 5.15 Uhr geweckt. Ich dachte erst, was ist das denn? Wer redet denn da? Und dann bin ich so langsam zu mir gekommen und dann sprach da eine Frau relativ nah an meiner Wohnung dran. Ich dachte schon, die steht neben meinem Bett, aber nee. Relativ laut und irgendwann dachte ich so, die telefoniert doch, oder? Dann bin ich zum Fenster gelaufen und habe gesagt, bitte Ruhe, es ist früh, ich will schlafen und dann kam gemeckert zurück und dann habe ich das Fenster zugemacht. Das ist das Problem, wenn man die Fenster alle offen hat, damit das auslüftet über Nacht, dann hörst du natürlich auch jeden kleinen Furz. So gestern Abend, halb zwölf oder so, kamen auch Leute nach Hause und haben sich noch lange unterhalten und ich dachte, oh, egal. Ich habe da ein Stöpsel reingemacht und habe die dann irgendwann heute Nacht um drei oder so wieder rausgezummelt. Also die ganze Nacht mit den Dingern will ich ja nicht schlafen. Ja und dann um 5.15 Uhr ging es los und ich dachte, das kann ja auch nicht wahr sein. Sag mal, habt ihr einen Schuss? Kriegt ihr noch was mit? Was ist mit eurer Umwelt? Ist die euch völlig egal? Also ja, da war ich mal wieder der Mecker-Opa aus dem fünften Stock, aber das ist mir scheißegal. Also sorry, ein bisschen Rücksichtnahme auf seine Nachbarn wäre schon ganz, ganz nett. Und das muss doch eigentlich klar sein, dass ich 5.15 Uhr nicht hier so rumkrakele, aber egal. Ich bin halt ein bisschen empfindlicher, was Lautstärke angeht und bin schneller wach als andere, aber trotzdem ist es halt echt arschig. Gut, genug gemeckert, heute ist Mittwoch, Wochenmitte, alles ist super, it's fine sozusagen. Das ist eine Version, es gibt ja die eine, wo dieser Hund am Tisch sitzt und Tee trinkt oder Kaffee und im Hintergrund brennt alles. Das ist jetzt hier der Elmo aus der Sesamstraße. Ne, wie gesagt, es ist wirklich alles gut soweit. Wir hatten gestern einen sehr angenehmen Tag. Also ecke, ich rede in meiner Wir-Form, weil ich euch mit einschließe, aber ich weiß gar nicht. Hattet ihr einen guten Tag gestern? Ich hoffe doch. Ich für meinen Teil war gestern ein bisschen Radfahren auch, und zwar nur zum Einkaufen und zur Post und zurück, aber immerhin. Und hab auf Stream ein bisschen gespielt, ein bisschen Serien geguckt und Lost haben wir geguckt, was ja auch eine Serie ist. Und irgendwann um, weiß ich nicht, um 9 haben wir, glaube ich, Feierabend gemacht, ich im Bett war, war es um 10, ich geschlafen habe, war es um 11. Naja, und dann halb zwölf, hör auf, hört mir auf. Ja, heute ist Mittwoch, äh, arbeiten bis 15.30, würde ich sagen. 16 Uhr ist Stream angedacht, ich werde heute wieder mal in Disco Elysium reinschauen. Harry Dubiot, Dubiot, Dubios, Dubios, heißt der Dubios mit Nachnamen? Ich glaube nicht. Äh, Dubois, vielleicht so, ich habe keine Ahnung, ich spreche kein Französisch. Äh, mit dem weiter durch das, äh, Abenteuer sich bewegen und ein bisschen Ermittlungen anstellen. Ja, wir schauen mal, wir kicken mal, ne? Äh, das ist heute so der Plan von 16 bis 19 Uhr. Ja. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, heute werde ich, glaube ich, auch wieder ein bisschen einkaufen gehen zu Edeka, vielleicht mal rüber. Und, äh, ja, dann gucken wir mal. Der Juli ist bald vorbei, der August fängt bald an. Die Zeit rennt. Neues vom neuen Job oder neues von der neuen Aufgabe gibt es noch nicht, äh, ne? Gestern habe ich, äh, mit Jens telefoniert, dem Freund von meiner Mama. Und der hat dann auch gefragt, und, wie sieht es aus? Hat sich da schon was getan? Ich so, nee, hat sich noch nichts getan. Müssen wir noch ein bisschen warten. Naja, gucken wir mal, ich schätze mal, das wird dann nächste Woche ein Thema sein, wenn Eva zurück ist. Also meine Chefin für den ganzen Fachbereich. Gucken wir mal. Gut, ich richte jetzt weiterhin, äh, mein Haar und wünsche euch einen wunderschönen, äh, Mittwoch. Kommt gut durch den Tag. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und ich hoffe, ihr habt auch angenehme 24 Grad. Okay, wir haben grauen Himmel und es ist, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, dadurch nicht so hell. Aber es wird heute auch nicht so heiß. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Finde ich jedenfalls. Persönliche, ja. Äh, persönliche Einschätzung. So. Ich hole mir jetzt meinen Kaffee. Und dann gucken wir mal. Michael ist ja schon am Start. Hat mir ja schon geschrieben. Und dann haben wir demnächst Team-Meeting. Und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Also. Au revoir. Au revoir. Äh, have a nice day. Until next time. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.